Das Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach Eine Sammlung von Orgelchoralvorspielen, die er in der Weimarer Zeit geschrieben hat. Vielleicht ähnliche Zeit wie die Kantate, die wir heute hören. Barmherziges Herze der ewigen Liebe. Die wird ja umrahmt von diesem Choral. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, und auch im Eingangsstück wird es verwendet. Ich möchte deshalb zu Anfang das Orgelbüchlein nehmen und Ihnen diese Fassung auf eine etwas ungewohnte Art vortragen. Sie hören den Puls im Bass. Und dazu eine runde, wallende Bewegung. Und dazu den Choral. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, ich bitte, hör mein Kleine. Verleih mir Gnade zu dieser Frist Und mich doch nicht verzeigen, denn richten Weg, o Herr, ich mein. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, und ich rufe zu dir, Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, und ich rufe zu dir, Dein Wort zu halten, liebe Es ist ein Choral, den ich in der Choralapotheke Bachs an erster Stelle sehen würde. Und wenn du, Karl, etwas zu diesem Text sagen könntest. Ja, der Text stammt vermutlich von Johann Agricola. Das war ein Freund und Mitarbeiter Martin Luthers, ein evangelischer Theologe und Prediger, Hofprediger dort. Und diese erste Strophe ist eigentlich ein Gebet und zeigt sehr schön, worauf es eigentlich ankommt im Glauben. Der Beter, ein ehrlicher Christ, erkennt seine Stärken und Schwächen. Er weiß, dass er aus eigenen Kräften die Aufgaben, die das Leben stellt, nicht lösen kann. Und das Verkehrteste wäre nun, wenn er resignieren täte. Aber darum richtet er die Bitte an Jesus Christus, erweise mir deine Gnade jetzt, also in dieser Lebenszeit, zu dieser Frist, damit ich nicht verzage und aufgebe. Zeig mir den rechten Weg. In einer anderen Überlieferung des Textes heisst es den rechten Glauben, Herr, ich mein, wolltest du mir geben. Aber es kommt aufs Gleiche eigentlich heraus, nämlich, es geht dann in zwei Richtungen. Einerseits dir zu leben, das heisst Christus zu leben, ehren, ihm zu vertrauen. Und das andere, dem Nächsten nutz zu sein, also die christliche Nächstenliebe zu üben. Oder beides kurz zusammengefasst, dein Wort zu halten eben. Damit ist gleich das ganze Thema der Kantate angegeben. Ich habe Ihnen auf Ihrem Blatt den Choral geschrieben und ich schlage vor, dass wir den zusammen miteinander singen. Bei A. Ich mache ein kleines Vorspiel. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, dich spät erhöhnt, mein Kram. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, dich spät erhöhnt, mein Kram. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, dich spät erhöhnt, mein Kram. Und das du mir geben, dir zu leben. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, dich spät erhöhnt, mein Kram. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, dich spät erhöhnt, mein Kram. Ein Choral, den natürlich die Gemeinde bestens kannte, ein Begleiter ihres Lebens. Wie gesagt, dieser Choral ist Rahmenprogramm. Hier werden wir ihn durch die Oboe und die Violine hören, also ohne Text. Am Schluss ist es dann der Schlusschoral, der alles zusammenfasst, nämlich das Augenmerk auf Christus und auf den Mitmenschen zu richten. Im Eingangschor aber geht es um die Barmherzigkeit. Sie werden diese kleinen Zeichen, die ich nachher in verschiedenen Farben benutzen werde, um Ihnen Bachsches kontrapunktisches Denken zu zeigen, als eine Form auch auf Ihrem Blatt wiederfinden. Wir kommen gleich auf den Eingangsteil zu sprechen. Hier ein Rezitativ, Akkuponjato, das heisst mit den Streichern begleitet, Mahnfinger, was muss man beachten als Christ. Und nachher hier nicht etwa ein Kamm, sondern ein Lineal, das zeigt, es wird gemessen und so wie ihr messt, da werdet ihr dann vermessen werden. Hier die Garben, nämlich die himmlischen Garben, das, was einem in Aussicht gestellt wird, wenn man gibt, wenn man Barmherzigkeit übt, eine Arie. Dann das Rezitativ des Bassängers, hier geht es um den Balken und um den Splitter, Sachen, die wir auch schon gehört haben. Und die Arie 5, da handelt es sich um der Christenkunst. Hier nun dann Choral als Beendigung der Kantate. Jede Kantate hat ja ihr Libretto, das sich auf die Perikope bezieht. Karl, wenn du da uns davon erzählen könntest. Ja, der Abschnitt aus dem Evangelium, über den dann auch gepredigt wurde, ist ein Teil aus der Bergpredigt, und zwar aus der Überlieferung nach Lukas, also die uns weniger geläufig ist. Lukas Kapitel 6. Da heisst es, Christus spricht, Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Mass wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Mass, mit dem ihr messet, wird man euch wieder messen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Wenn der Jünger ist wie der Meister, so ist er vollkommen. Was siehst du aber einen Splitter in des Bruders Auge und des Balkens in deinem Auge, wirst du nicht gewahr. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt stille, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuvor den Balken aus deinem Auge und siehe dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Der Text der Kantate schließt sich eng an diesen Text an, wenn sie eventuell schon einen Blick aufs Textheft geworfen haben. Er stammt von Salomon Frank, einem Juristen, Regierungsrat und Oberkonsistorialrat, also Oberlandeskirchenrat und eben auch Hochpoet. Er stellt ins Zentrum die Botschaft dieses Textes, Christus, die Barmherzigkeit und Liebe in Person. Und die verleitet uns, befreit uns dazu, auch unsererseits Liebe zu üben. Barmherzigkeit also ist das Thema dieser Kantate. Und mit dem Ritournel der Eingangsarie eines Duettes zwischen Sopran und Tenor wird sofort das Thema vorgestellt. Ich möchte es Ihnen zeigen. Eine Figur, die in Daktülen, in punktierten Rhythmen, also ganz langsam, gemächlich nach unten sinkt, durch eine ganze Oktave hindurch. Die Sopranistin übernimmt das Thema sofort. Und der Tenor übernimmt als Dritter die Stimme. Barmherziges Herze der ewigen Liebe. Die anderen Stimmen natürlich nehmen erneut Schwung und geben einen sogenannten Kontrapunkt, eine Gegenstimme dazu. Ich spiele Ihnen... Also ein ähnlicher Rhythmus. Aber wenn Sie Ihr Blatt zu Hand nehmen, sehen Sie bei C1A diese Hauptmelodie... Barmherziges Herze der ewigen Liebe. Und bei C1B... Erriege, bewege mein Herze durch dich. Und hier ist schon ein erster theologischer Hinweis. Wenn Sie schauen, was passiert, wenn ich die beiden Stimmen zusammenspiele... immer wenn die eine Stimme nach unten geht, geht die andere Stimme nach oben. Man nennt das die Umkehrung. Denken Sie an das Volkslied Aluminientli. Wenn ich eine Umkehrung machen würde, wäre es... Und wenn ich beides zusammenspiele... Klingt nicht wunderbar, aber die Kinder machen das ab und zu. Das ist dann ein bisschen besser. Die Bach'sche Lösung ist... Und ich kann natürlich auch die beiden Stimmen umkehren. Dann heisst es... Und wie, wenn Sie in den Spiegel schauen... und sich nähern, nähert sich die Gestalt Ihnen... und wenn sie weggeht, dann entfernt sich die Gestalt. Man nennt also diese Form, wo die Urform und die Umkehrungsform, wenn ich das lateinisch sage, die Recta-Form oder die Inversus-Form, gleichzeitiger klingen, nennt man das den Spiegel. Eine Frage an den Theologen. Was könnte Spiegel bedeuten im Zusammenhang mit dieser Perikope? Ja, an sich wird der Spiegel verschieden verwendet. Einerseits ist das Gebot als Spiegel. Wer in den Spiegel schaut, der sieht, ob er gut aussieht oder nicht. Aber es ist auch von einem Spiegelbild sonst die Rede. Jesus hat zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ein Spiegelbild gezeichnet. In ihm spiegelt sich die Liebe Gottes wieder. Und nun können auch Menschen eigentlich zu solchen Spiegeln werden, die etwas von der Liebe Gottes in der Welt widerspiegeln. Vielleicht hat Bach daran gedacht, ich weiss es nicht. Ich bin dieser Frage sehr genau nachgegangen und habe an diesem ersten Stück manche Stunde gearbeitet und erst ganz spät dann einige sehr spannende Entdeckungen gemacht, die ich jetzt versuche Ihnen nahezubringen. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen und ich hoffe, es glückt uns, nachher zu sagen, ja, so könnte er es gemeint haben. Und das könnte eine der Botschaften dieser ersten Nummer sein. Nun, ich fahre weiter. Wir haben die Rekta, die Urform und die Inversusform, die umgekehrte Form gefunden. Und es kommt ein weiteres Element dazu, nämlich eine wallende Linie im Cello-Bassregister. Das geht fast das ganze Stück hindurch. Es ist vielleicht das Wallen der Liebe. Denken Sie doch ans Orgelbüchlein. Das ich Ihnen zu Anfang des heutigen Vortrages vorgespielt und vorgesungen habe. Ich habe diese Basslinie mit dem Continuo, also dem Bassocontinuo, der Orgel, jetzt aufgenommen und kann Ihnen da die einzelnen Einsätze einmal vorspielen. Sopranstimme. Jetzt der Tenor. Was ich gesungen habe, Sie haben es sicher erkannt, war der Choral. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Also wieder einmal eine sehr komplexe Faktur. Diese gleichsam vier Stimmen übereinander. Sie wallen daher. Der Tenor singt barmherziges Herze. Die Sopranistin singt barmherziges Herze. Sie kommen mit der Figur, Herr Riege, bewege. Das ist ein sehr klares Diktum, denken Sie. Könnte fast ein Kan-Kan sein. Eine Figur, die wir sofort genau verstehen, was sie meint. Aber sie kommt quasi noch als surplus dazu. Nun, wenn ich Ihnen eine solche Disposition in einer sogenannten Fugentabelle aufschreibe, könnte das dann vielleicht so aussehen. Hier das Hauptthema. Barmherziges Herze der ewigen Liebe. Jetzt kommt die Bassmelodie und macht die Umkehrung. Die da 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 di da da di da da di. Während dieses Momentes setzt die Sopranistin ein. Also zur gleichen Zeit, wie die Basslinie sich hier bewegt. Und wir haben hier dann die gleiche Stimme. Nachher kommt die Sopranistin. Moment, schnell. Ich brauche da etwas Platz. Platz und singt die Umkehrung. Währenddessen hat sich das Cello-Kontrabass-Orgelregister entschieden, die Wellenlinie zu machen. In diesem Moment setzt dann der Tenor ein mit der Hauptmelodie und die Tenormelodie führt dann die Umkehrung durch. Dann kommt die Sopranistin, die etwas Neues machen muss, und macht Errege, bewege mein Herz durchdicht. Das ist eine Bachsche Disposition. Wenn Sie Ihr Blatt zur Hand nehmen, sehen Sie das in ungefähr bei Dora. Bei Emil sieht es ähnlich aus, aber nicht gleich. Das ist quasi die Wiederholung, aber der Tenor beginnt und die Sopranistin folgt. Also hier wird auch gespiegelt. Und wenn wir dann weiter sehen, kommen wir zur Disposition F. Da ist der Tenor, der folgendes singt. Barmherziges Herz der ewigen Liebe. Jetzt hätte doch die Sopranistin auch Barmherziges Herz der ewigen Liebe gesungen. Aber nein, sie macht den Umkehrungsteil. Hören Sie bitte mal. Barmherziges Herz der ewigen Liebe. Also hat sich die Disposition verkompliziert. Nämlich die Umkehrung, das Nachfolgen oder man könnte auch sagen, das Widerspiegeln des Glanzes von Christus. Dieser Blick, dieser Blick des barmherzigen Samariters womöglich, hat sich schon viel stärker übertragen. Und wenn Sie dann bei der Zeile G schauen, ist dann folgende Disposition. Das ist ganz am Ende des Stückes. Die Sopranistin beginnt mit dem bekannten Motiv. Barmherziges Herz der ewigen Liebe. Und jetzt gibt es noch mehr Interaktion. Die Abschnitte werden immer kleiner. Es gibt immer eine grössere Verdichtung. Und, was sehr einmalig ist im Bachschen Werk, das Anfangsritournel, das Sie jetzt einige Mal gehört haben. Nämlich Barmherziges Herz der ewigen Liebe. Hat sich umgekehrt. Cello, Kontrabass und Orgel beginnen mit dem zweiten Teil. Nämlich Erriege, bewege mein Herz durch dich. Barmherziges Herz der ewigen Liebe. Was am Anfang so war und so, ist am Schluss, und das ist sehr einmalig, Umkehrung und Grundform. Und da könnte ich vielleicht schon denken, ein grosser theologischer Akt ist passiert. Nämlich die Umkehr des Herzens. Man hat gesehen, um was es geht. Wir haben nun ein Rezitativ, das folgt. Da wird nun ein erster Teil der Predigt sozusagen geboten. Genau dem Text folgend. Zwei biblische Abschnitte sind noch eingefügt aus übrigen Stellen der Bibel. Die möchte ich Ihnen noch nennen. Am Anfang von den Herzen aus Stein. Das ist sicher aus dem Propheten Ezechiel genommen. Wo es heisst von Gott, ich will euch einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und ein fleischernes Herz geben. Und wenn Sie am Schluss dieser Arie sehen, ist dann von den Schätzen im Himmel die Rede und von dem Ergebnis, was wir dort erwarten dürfen. Das erinnert an die Stelle aus Matthäus 6, der Fassung der Bergpredigt von Matthäus. Wo Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rest fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Und wie soll das mit diesem Schatz im Himmel sein? Der Dichter sagt, Gott wieder zahlt mit reichen Interessen. Ein Wort, das wir so in diesem Sinne heute nicht mehr brauchen. Es ist die alte Bedeutung gemeint mit Zinsen. Interessen sind Zinsen. Im alten Französisch konnte meines Wissens Intérêt oder kann fast heute auch noch Zinsen bedeuten. Also, es lohnt sich, will der Dichter sagen, diese Liebe zu üben und die Predigt wird also das so entfalten. Hier habe ich symbolisiert die fünf Streicherstimmen, welche den Altus begleiten. Ihr Herzen, die ihr euch in Stein und Fels verkehret, zerfließet und werdet weich. Wir hören die bekannte Präzision Bachs, zum Beispiel In Stein und Fels verkehret, eine gleichsam zerklüftete Melodie. Oder das Zerfliessen, zerfliesset und werdet weich. Zerfliesset mein Herze. Sie mögen sich an die Johannespassion erinnern. Auch dort eine Form, aber ganz anders als hier. Erwägt, was euch der Heiland lehret, übt Barmherzigkeit und sucht noch auf der Erde dem Vater gleich zu werden. Das wird imposant begleitet und sucht noch auf der Erde dem Vater gleich zu werden. Die beiden Außenlinien. Einerseits die bedeutsame phrygische Linie. Die da da mit dem Halbton und hier diese Melodie der Violine. Und wenn sie den Choral nehmen, ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ. Ein kleines bisschen der Choralmelodie, die zitiert wird bei dem Wort und sucht noch auf der Erde dem Vater gleich zu werden. Jesus Christus ist ja gleich dem Vater. Ach, vermindert der Septakkord. Greifet nicht durch das verbotene Richten, dem Allerhöchsten ins Gericht. Sonst wird sein Eifer euch zernichten. Und dann nimmt er den Drohfinger wieder runter und sagt, vergibt, so wird euch auch vergeben. Gebt, gebt in diesem Leben. Macht euch ein Kapital. Und was geschieht, wenn das Wort Kapitaler klingt? Die Violine macht eine wunderschöne Melodie dazu. Macht euch ein Kapital, das in dein Mal. Wie die himmlischen Zinsen und Garben. Gott wieder zählt mit reichen Interessen. Wenn Sie jetzt Ihr Blatt zur Hand nehmen, bei J auf der zweiten Seite, kommt die Folge. Der Altus singt, denn wie ihr messt, wird man euch wieder messen. Wenn Sie die Melodie anschauen. Und die Basslinie dazu, auf der zweiten Linie bei J notiert, macht. Tam, 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 tam. Eine freie Imitation. Nachher, beim dritten Takt, sehen Sie, denn wie ihr messt. Und in der Basslinie, denn wie ihr messt. Wiederum die Umkehrung. Also was zuerst nach oben und nach unten geht, geht jetzt nach unten und nach oben. Wiederum Rectus und Inversus. Die beiden Formen. Und ich habe wirklich den Eindruck, es geht darum zu sagen, wie sieht dieses Stück aus hier, das Buch. Ist es schön gebunden? Wie ist diese Ecke da oben? Ja, das ist nicht sauber. Und hier ist die Ecke zerstossen. Ich schaue es von der anderen Seite ein und hier hat es so Notizen drin. Also was dann eben vielleicht mit diesem Drohfinger gemeint ist. Und wie ihr messt, so sollt ihr dann gemessen werden. Bach benutzt also den Kontrapunkt wiederum, um theologische Aussagen musikalisch darzustellen. Es folgt dann die nächste Arie. Vielleicht einige Worte dazu. Ja, da möchte ich noch Bibeltexte dazu erwähnen, aus denen das geschöpft sein könnte. Der Apostel Paulus hat auf seinen Reisen Geld gesammelt, um die verarmte Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Und er schreibt an den Korinthern, sie möchten doch recht grosszügig Beiträge spenden zu dieser Kollekte. Und sagt dazu, denn wer kerglich sät, der wird auch kerglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und wenn sie dort an die Ernte sich freuen und wenn es heisst, man geht fröhlich nach den Garben, das erinnert an eine Stelle aus dem Psalm 126, der Ihnen vielleicht auch aus anderen Oratorientexten bekannt ist, die mit Tränen säen werden, mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Man kann diesen Satz eigentlich nur verstehen, wenn man an die Situation in einem Dürregebiet denkt, wo man wenig Lebensmittel hat, das Korn, das man vorzuverwendet für den täglichen Bedarf, geht zur Neige und ein Rest muss aufbehalten werden, um jeden Preis aufbehalten werden für die Aussaat. Und es ist wahrscheinlich manchmal äusserst hart, den letzten Rest Korn noch in die Erde zu werfen, in der Hoffnung, dass die Saat dann aufgeht und dass man wieder ernten kann. Und der Psalm sagt, aber so ist es. Wer in Tränen säen muss, der kann auch mit Freuden ernten. Mit anderen Worten, es kann auch einmal wehtun, Liebe zu üben, zu helfen, aber es wird sich lohnen, es wird niemand verarmen deswegen, sondern anderen Gewinn einbringen. Und ich denke, dass Bachtas in dieser Arie musikalisch umsetzt. Ich bin gespannt, wie er das macht. Wenn Sie K anschauen, sehen Sie den Anfang des Ritournelles. Eine versöhnliche, weiche Musik. In der Basslinie haben Sie die ganze Oktave. Oktave lese ich immer als die ganze Fülle. Denn das reiche Mass, das übervolle Mass, das du vorhin erwähntest in der Perikope. Und wir haben auch das reiche Mass in der Oboen-Violin-Stimme. Der Altus übernimmt diese Melodie und es ist ein Zwiegespräch von Oboe und von Stimme, begleitet von Streichern, die eine Atmosphäre der Ruhe, der Besieglichkeit, der Aufforderung und des Trostes ausstrahlen. Die Mahnfinger erheben sich wieder. Es geht um den Balken und um den Splitter. Ein eigentümliches Bild, das ich schon als Kind komisch fand, das in den Augen Balken Platz hätten. Hat das einen Grund, dieses übertriebene Darstellen? Es hat sicher einen Grund, sonst hätte es ja Jesus nicht so gesagt. Aber man hat es auch immer eben eigenartig gefunden und gedacht, das muss man wahrscheinlich irgendwie korrigieren. Wenn Sie ein anderes solches Bild denken. Jesus sagt einmal, es kommt eher ein Kramel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Da hat man gesagt, ja, wahrscheinlich muss man da statt Nadelöhr das kleine Pferdlein lesen, neben dem Stadttor, durch das man ein Kamel noch, wenn man es auf die Knie zwingt, noch hindurch schleppen kann. Oder vielleicht muss man statt Kamel ein anderes Wort lesen, das ganz ähnlich klingt, aber Schiffstau heisst. Aber das bringt nichts, weil beides funktioniert eigentlich nicht. Ich glaube, Jesus hat solche übertriebene Bildworte geliebt und sie extra so verwendet. Er hat auch eines zum Beispiel, dass er den Pharisäern vorwirft beim Trinken sie siebten Mücken, damit man ja nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt und dabei verschluckt ihr Kamele. Also, er hat das geliebt und wir lieben solche Ausdrücke eigentlich auch. Wir sagen doch auch, ja, hat wieder einer aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Oder wir sagen, ja, also wegen dem machen wir jetzt gewiss kein Büro auf. Was mich interessiert ist, wie Bach das nun in Musik gestaltet. Ich stelle mir vor, dass er sich das nicht entgehen lässt, hier nun auch richtig Balken schmettern zu lassen irgendwie. Keinesfalls, keinesfalls. Er reagiert auf den Balken. Er sagt, wenn es um die Eigenliebe, das eigene Ego geht. Die Eigenliebe schmeichelt sich. Bestriebe dich, erst deinen Balken auszuziehen. Er hätte machen können. Bestriebe dich, erst deinen Balken auszuziehen. Nicht solches. Er macht nur einen Trugschluss. Erst deinen Balken auszuziehen. Also eine unerwartete Auflösung. Sonst lässt er den Text im Rezitativ schnell vorbeigehen und er will, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer des Gottesdienstes diesen Text quasi wieder hören, repetieren und denken, ja, das haben wir vorhin gehört, als das Evangelium verlesen wurde. Es folgt nach diesem Rezitativ dann die letzte Arie in der Kantate, die Kunst der Christen. Karl, was bedeutet das? Da muss man noch das Wort Kunst. Es kommt von Können, das wissen Sie. Aber wie wir es heute verwenden, im Sinn von künstlerischer Betätigung, wird es erst seit dem 18. Jahrhundert verwendet. Hier ist offensichtlich noch der ursprüngliche Sinn gemeint. Christen können das. Oder sollten wir vielleicht sagen, sie sollten es können. Oder ist vielleicht gemeint, Christus traue es uns zu, dass wir das können und dann auch tun? Worauf will Bach den Ton legen? Wenn wir die Kantate hören, klingt es in uns vielleicht entsprechend nach. Ich nehme das Riturnell. Also eine sehr spezielle Anlage. Es ist eine Kontinuarie in der Weimarer Zeit. Das heisst nur Cello und Kontrabass, Fagott spielen diese Melodie. Und die Orgel kann dazu improvisieren. Das wäre ein Beispiel. Aber in der Leipziger Fassung, die wir heute hören, nämlich in der G-Moll-Fassung, einen halben Ton höher, hat Bach die Violinen und die Viola dazu gesetzt. Es gibt also eine doppelte Bestätigung. Es hat etwas Gestrenges, Intensives. Und doch ist es sehr spannend zu sehen, woher kommen diese Töne. Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ. Wiederum ein Choralzitat. Man erkennt es nicht. Es ist wie eine Art von Transformation geschehen. Zu diesem Basso continuo singt der Bass, der Basssänger, im Sinne einer Sentenz. Das ist der Christenkunst. Dann kommt der Schluss des Riturnells nochmals. Und er setzt wieder an. Das ist der Christenkunst. Nur Gott und sich erkennen. Von wahrer Liebe brennen. Wenn wir das einmal kurz anschauen. Nur Gott und sich erkennen. Und was macht die Bassgruppe? Nur Gott und sich erkennen. Zusammengespielt. Nur Gott, nur Gott und sich erkennen. Von wahrer Liebe brennen. Ein Folgekanon, nur um einen Ton verschoben. Wiederum Kontrapunkt, um die Nachfolge Christi zu zeigen. Eine nicht perfekte. Sie ist in einer anderen Lage. Aber sie ist dicht hinter den Versen von Christus. Und es ist das dritte Beispiel, das ich gefunden habe. Das zeigt, dass Bach seine Kunst in den Dienst der Theologie setzt. Nun folgt ja der Schlusschoral. Viel höher gesetzt, als wir ihn vorhin gesungen haben. In G-Moll nämlich. Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ. Ich bitte, erhör mein Klagen. Diejenigen, die hohe Stimmen haben, sollen doch mal mitsingen bei A. Und sie sehen die kleinen Nötchen, die Flügedreckli. Das sind die sogenannten Durchgänge. Bach liebt es in dieser Zeit verzierte Choralmelodien zu machen. Also die Sopran- und Tenor-Stimmen. Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ. Dich bitte, erhör mein Klagen. Aber Bach belässt es nicht mit dem. Er setzt eine Oberstimme zu diesem Choral. Und ich möchte unsere Konzertmeisterin Renate bitten, zum Schluss unserer Einführung mit mir zusammen einmal diesen Choral zu spielen. Hören Sie doch auf die Choralmelodie und hören Sie die wundersame Wirkung dieser herrlichen Oberstimme. und hören Sie doch auf die Choralmelodie. Denn wer ich mein? In Wohll lässt du mir geben, dir zu leben, dein Wächsten will zu sein, dein Wort zu halten hierbei. Ja, fassen wir kurz zusammen, was uns da heute Schönes, Eindrückliches bevorsteht. Im Duett des ersten Teils also hören wir von der Liebe Christi zu uns, welche als Wechselwirkung unsere Liebe zu den Nächsten weckt. Im Rezitativ des zweiten Satzes wird dann ein erster Teil des Evangeliums in eine markige Predigt umgemünzt und der Massstab erklärt, mit dem wir gemessen werden. Die anschliessende Arie, ich finde sie ist irgendwie das Zentrum der Kantate, singt vom Segen und der reichen Ernte, auf die sich alle freuen dürfen. Dann trägt der Bass in der Arie 4 den zweiten Teil der Philippika gegen Eigenliebe und Besserwisserei vor und gibt in der dazugehörenden Arie dann gleichsam eine Zusammenfassung von dem, was eben der Christenkunst ist. Und mit dem Schlusschoral, der nochmals das Thema des Anfangs aufnimmt, klingt die Kantate aus. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Konzertabend. Vielen Dank.